Laut der aktuellen Umfrage ist mittlerweile schon jeder Fünfte in Deutschland tätowiert. Die Zahl der Tätowierten hat sich im Laufe der letzten sieben Jahre verdoppelt. Wie bewerten Sie das? Wie ist Ihre Meinung grundsätzlich zum Thema Tätowierungen? Tätowierungen kann auch jeder machen, wie er mag, so wie ich. Weil die gibt es ja schon seit Tausenden von Jahren. Das ist ja keine Erfindung der Neuzeit. Die gibt es ja bei den Urvölker schon immer nicht. Jetzt schwappt es halt bei uns so über, weil meine Tochter ist tätowiert, meine Ex-Frau ist tätowiert. Also von mir nicht spätestens, was alle tätowiert, außer ich. Ich finde Tätowierungen schön. Ich würde auch gerne welche haben wollen eigentlich. Ich finde, es kommt immer darauf an, auf die Stellen, wo man es hat. Also ich finde kleinere eher schöner. Aber es kommt halt darauf an, welchen Beruf man macht. Also ich würde mir jetzt keine stechen lassen, weil ich sonst Angst hätte, dass ich später schlechtere Chancen habe, eingestellt werden zu können. Weil ich auf Lehramt studiere und ich weiß nicht, ob ich dann da so gut ankomme mit Tätowierungen. Vermutlich liegt es daran, dass wir so gutes Wetter haben und die Leute oft, vielleicht begleitet, sich auf den Strand begeben oder sonst wo. Und da will jeder sich von seiner besten Seite zeigen. Ja, einerseits Gruppenzwang. Also wenn man jetzt sieht, der eine hat im Freundeskreis ein Tattoo. Und dann sagt der eine, ja, mach das auch mal. Das schaut echt gut aus. Tut es mir ein bisschen weh. Aber genau, und dann denkt er sich auch, ja, dann mach ich heute mal dazu. Ich hab noch keins, aber ich hätt tatsächlich gerne noch eins, wenn ich dann volljährig bin. Und zwar so einen Anker auf den Oberarm. Also auf den Oberarm. Das find ich ganz cool. So einen Strich, ich meinst du gerne Anker. Also ein Strichzeug. Ja. Okay, also eher so Richtung Oldschool. So einen Anker. Warum genau dieses Motiv? Das gefällt mir einfach. Das find ich irgendwie cool. Ja, ich seh das voll. Also voll Frauen und ich kenn sogar welche, die halt ein bisschen jünger sind als ich. Also ich bin 22. Ich kenn welche, die schon mit 17 oder sowas ein Tattoo haben. Das kann ich dann überhaupt nicht verstehen. Okay, also du bist eher der Meinung, es muss jetzt, wie es manche Leute ja mittlerweile sehen, die sagen, es muss eine tiefere Bedeutung haben. Also dir geht's rein um die Ästhetik. Wenn's gut ausschaut, dann wird das für dich schon in Frage kommen. Ja, das mein ich zwangsweise. Also mir gefällt's halt einfach. Wenn jemand da wirklich einen tieferen Grund dafür hat oder das wirklich einen Sinn für und hat, dann ist das schön. Aber ich find's halt ganz cool, so einen Anker auf dem Arm zu haben. Also wenn ich Tattoos haben wollen würde, eher an Stellen, die man abdecken kann quasi. Irgendwie am Arm oder so oder am Knöchel. Irgendwie so Stellen halt. Also ich bin in einer meiner Arbeitsstätten sogar mal in einer Tattoo-Ausstellung gewesen, weil mich das so ein bisschen optisch interessiert hat. Genau. Aber sonst würde ich's mir schon wahrscheinlich überlegen. Also ich bin Zootierpfleger und kann mir ganz gut vorstellen, irgendwo einen Nashorn zum Beispiel zu haben oder ein Kollege von mir, der hat hinten auf dem Rücken einen Löwen tätowiert. Schaut auch nicht schlecht aus. Aber wenn das halt so großflächig ist, mag ich das dann auch irgendwie nicht so. Das richtige Gedanken hätte ich mir noch nicht gemacht, aber auf jeden Fall irgendwas, was mir viel bedeutet. Ja, ich find so chinesische Schriftzeichen meistens nicht so schön, weil man nie weiß, ob das nicht dann doch noch irgendwas anderes heißt. Oder ja, so große Tattoos einfach, so indianische Indianermotive, irgendwie sowas gibt's. Das würde ich nicht machen wollen. Haben Sie schon andere Menschen Motive oder Stellen gesehen, wo Sie sagen, das ist ja furchtbar kreislich. Das würde man auf gar keinen Fall mal lassen. Das wäre ja früher gewesen, aber jetzt machen ja viele diese chinesische Schriftzeichen, so ein Zeug, die wissen eh nicht, was sie draufschreiben, weil jetzt wissen sie nicht, was sie draufschreiben, weil jetzt kann man schreiben, was man mag. Also ich habe es selber noch nicht gesehen, aber es gibt jetzt so Tattoos, die halt zum Intimbereich sind oder sogar bei Frauen eher Brustbereich. Das mag ich dann doch nicht. Das soll irgendwie halt schön unbefleckt sein und das ist meine Meinung jetzt. Nein, weil meistens seh ich die Stellen dann bei anderen Menschen auch nicht. Also ich habe durch Zufall mal in Brühl mit einem jungen, ich vermute mal, dass er ein Schüler war, der griechischen Ursprung hatte und hat voller Neid, vielleicht auch mit ein bisschen Verwunderung von seinen Schulkameraden gesprochen, die an den unmöglichsten Stellen tätowiert werden. Und allein, wie er das gesagt hat, konnte man ungefähr ausrechnen, wo die da tätowiert waren. Vor einer Zeit lang war es eine Modeerscheinung, mit der eine Oschgeweih, die sie alle gehabt haben, die Kreis liegen, mittlerweile, ich meine Gott, die Gesellschaft ist ein offener war, das würde ich sagen. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's.